Herzlich Willkommen im Studio Beleza in Luzern. Seit über 20 Jahren kümmert sich Diplom-Kosmetikerin Regula Lienert um ihre Schönheit. Ob für besondere Anlässe, Fotoshootings oder einfach nur für ihren Werktag. Im Studio Beleza bekommen Sie das perfekte Make-up genau nach Ihren Wünschen und lernen in Kosmetikkursen, wie Sie sich für Ihren Alltag stylen. Hierfür erhalten Sie zudem verschiedene Pflegeprodukte, die Ihr Aussehen unterstreichen. Eine 24 Karat Blattgoldmaske stimuliert Ihre Zellregeneration und entspannt Ihre Haut. Das intensive Kavitationsverfahren arbeitet mit niederfrequentiertem Ultraschall und verflüssigt Fettzellen, die dann vom Lymphsystem abtransportiert werden. Eine Lymphdrainage bekommen Sie bei Regula gleich mit dazu. Also probieren Sie es selbst und sehen Sie zu, wie Ihre Problemzonen dahin schwinden. Mit der Green Peel Behandlungsmethode wird Ihre Haut rundum erneuert und das Ganze innerhalb von 5 Tagen und auf rein pflanzlicher Basis. Eine Maniküre oder Pediküre rundet Ihre Behandlung ab. Gerne erhalten Sie einen Gelüberzug für Ihre Nägel, die mit einem Motiv Ihrer Wahl verschönert werden. Auch die Mesotherapie und das Permanent Make-up bietet Frau Lienert an. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die verwendeten Make-up- und Pflegeprodukte zu kaufen.